Der Volk, der spornt natürlich an und deshalb hat Dieter Bohlen jetzt gleich nachgelegt. Ich weiß zwar wirklich nicht, wo er zwischen Superstar, Heiratsantrag, Fernsehauftritten, ja irgendwie sich noch die Zeit genommen hat, aber er hat geschrieben, er hat komponiert und er hat getextet. Und dann, dann ist er mit unseren Superstars ins Studio gegangen. Und was dabei rausgekommen ist, davon gibt es jetzt weltexklusiv einen kleinen Vorgeschmack. Ab Montag, meine Damen und Herren, ist das Album United im Handel und daraus hören wir jetzt einen kleinen Vorgeschmack und einen Song. Hier sind unsere Superstars mit Dieter Bohlen und Tonight! Oh, don't, don't cry a tear When you're alone With all your fears Oh, I'll be with you If you were still And feeling blue O, 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 o... Cause I gave you all And I show you love I give it all You can't get enough Tonight there is a new chance Tonight for me and you Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tonight there is a new chance Believe in what you do And at the end of the rainbow Someone's waiting Someone's waiting for you tonight Someone is waiting for you Someone's will be waiting Someone's waiting for you And at the end of the day Wuuh! 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 Ja? Peter! Hut ab! Ich bin sicher, dass du Heirat im Leben hast. Das war Dieter Bohlen mit unseren neuen Kandidaten. Vier davon, die sind noch im Rennen. Drei davon werden nächsten Samstag für Sie weiter, um den Sie kämpfen. Wer das sein wird, das entscheiden nur Sie zu Hause, nämlich mit Ihren Anrufen. Und nochmal, rufen Sie für Ihren Superstar. Wählen Sie die Rufnummer des Kandidaten, den Sie Ihrer Meinung nach heute am besten fanden und den Sie nächste Woche wiedersehen wollen. Eine Stunde haben Sie rund Zeit dafür. Ja, also los geht's! Nächste Woche läuft hier ein Special und die Verleihung des Echo. Natürlich mit unserem Superstars. Wir sehen uns dann wieder zum Halbfinale am 1. März. Und natürlich in einer Stunde zur Entscheidung. Bis dann! Tschüss! Bis dann! Und sehen Sie hier noch die 80er Show. Best of! Also bis gleich! Tschüss! Muah!